Das ist ein drittes Husbord oder richtiges? Ich bin so großartig. Seid ihr Schweine? Es ist über den... Es ist über den Nudeln offen. Guck, die Nudeln sind drauf. Ja, die hat nicht fotzen. Bist du blöd? Eigentlich kannst du doch glücklich sein oder nicht. Es war zu spät, Gugel. Ja? Ja, ich hab dich da oben oben gemacht. Mit einer Torte. Es war mit einer Torte. Die haben wir auf dem Video? Ja. Überleg. Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kannst du auch rein? Aber jetzt die Nache... Die meine ich nicht. Jetzt die Nache speist. Ich hoffe, du hast das mit drauf. Keine Sämpfe. Keine Sämpfe. Döse. Ich weiß es nicht. Der ist nicht so großartig. Döse, der wird so großartig. Der ist sehr großartig. Döse, der wird so großartig. Das fressen lieber die Ratten, ey! Oh, hallo! So, jetzt, wir kommen schon mal die Fresse! Jetzt hast du drei Wochen! Nee! Ich hab jeden Tag nicht zu vergessen! Das sind ja drei Wochen! Nee, was war ich mit Stahlwächter? Ach! Stimmt! Hast du das vergessen? Ich hab's vergessen! Das ist mir noch mal eingefallen! Ich hab's vergessen! Aber eben, das ist mir noch mal eingefallen! Ich hab's vergessen! Das ist, was wir wieder hingesessen haben! So war ich mit der Himmelbruch! Hackerin die Wurst! Oh ja, die Degener! Also, jetzt ist mein Gebok noch ein bisschen rum mit der Zunge, oder? Hacker! Kay! Komm besser fürs Video! Hacker. Ja! Na! 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 Da! Es ist ein Bock... Äh! Es ist ein Bock, was ich spürze, richtig, oder? Oh! Ah! Ah! Oh! Ich bin... Ah! 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 Ist ja gemein. Hier ist das Kante Kau so, ne? Ich wollte nur noch Senf dazu, dass er jetzt schon die Krümel in die Schnauze hängt. Jetzt können wir nicht die Ferdasen sagen, weil die Kinder sind raus. Das ist aber nicht gut. Ich kriege die Ferdasen, hab ich dir wieder verliebt, was? So, so, so.